Willkommen zu Frankfurt-Hahn-Airports YouTube-Channel. Petrus Dicken ist seit 15 Jahren Terminalleiter des Flughafens Frankfurt-Hahn. Als Chef kümmert er sich um alles. Er sorgt für Ordnung in den An- und Abflughallen, er leitet die Information und auch für Passagierdurchsagen ist er zuständig. Einige tausend Sicherheitshinweise hat er in dieser Zeit schon angesagt. Doch nicht immer haben die Menschen am Flughafen verstanden, was gerade gesagt wurde. Das Gebäude gibt eine nicht so ganz gute Akustik wieder, sondern in Verbindung mit Menschen, die schnell reden, aufgeregt sind, wenn es schnell gehen muss, hat das unverständliche Ansagen gegeben und aufgrund dessen haben wir nach einem System gesucht, was gleichbleibende Ansagen macht und das haben wir mit unserer Alice gefunden. Alice ist das neue Ansagesystem. Es kommt von der holländischen Firma Aviavox. Eine spezielle Grammatiksoftware und eine Stimmdatenbank mit unterschiedlichen Klangfarben lässt den Computer wie ein Mensch klingen und das in 16 verschiedenen Sprachen. Wir fliegen beispielsweise nach Marrakech, Nador und Fez in Marokko und wenn wir den Bedarf haben, wenn viele einheimische Passagiere da drauf fliegen, können wir auch Arabisch oder Französisch laufen lassen, ansonsten die Standardsprachen natürlich Deutsch und Englisch. Die Passagiere werden jetzt von Alice informiert. Jedes Urlaubsziel kann in seiner Muttersprache angesagt werden. Ganz exotisch wird es in Arabisch. Ein bisschen wehmütig ist mir schon, weil ich habe mich natürlich daran gewöhnt, seit knapp 15 Jahren meine Stimme im Terminal zu hören. Zumindest die Bandansagen sind alle mit meiner Stimme gewesen. Ja, tut mir schon ein bisschen leid, aber es muss auch mal was Neues kommen. Und während die Passagiere nach der Durchsage von Alice schon im Flieger sitzen, endet für Petrus Dicken der erste ansagefreie Tag.